Moin Moin, liebe Super-Soch-Dies, mein Name ist Fluppi. Uuhu, endlich können wir uns einen neuen Termin in den Kalender packen. Wann können wir endlich Battlefield 4 zocken? Nun, die Beta kommt Anfang Oktober, aber wann genau und wie komme ich da ran? Beta ist offen am 1. Oktober für alle, die Battlefield 4 Digital Deluxe Edition vorbestellt haben, Battlefield 3 Premium Mitglied sind oder registrierter Besitzer von Medal of Honor Warfighter Limited Edition oder Deluxe Edition ist. Für alle anderen startet sie am 4. Oktober Xbox, Playstation und PC. Ein neuer Trailer zeigt außerdem neue Multiplayer-Action und neue Maps, zum Beispiel eine Schneemap und eine in einer Fabrik. Man sieht außerdem ein Flugzeug, das eine Bombe abwirft. Ob das ein neues Feature für den Commander ist? Battlefield 4 kommt in Europa auf den alten Konsolen und PC am 31. Oktober für die Next-Gen Playstation 4 am 29. November und für die Xbox One am 22. Die Amis haben den Mist allerdings schon etwas früher. Wenn ihr den Trailer sehen möchtet, ich habe ihn für euch in der Beschreibung verlinkt. Seid ihr bereit für die Beta? Mehr News und Gameplay habe ich für euch täglich. Abonniert und liked das Video oben links. Das ist die Playlist mit all den News und diese beiden Videos, die haben wir auch für euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.